Ich bin eh nicht! Das Schicksal eines Armen! Yo, so dack ich die Präsent! Ich bin eh nicht! Da muss er da umstehen, der kann umschieben. Oh, ich bin eh nicht! Ich bin eh nicht! Er stärkt! Aber er hat den Besten getaunt! Wie zum? Er hat zwei Stück! Wie wird das so? Das war ja einmal fliegen. Der? Noch einmal! Woran liegt das eigentlich? Irgendwas Gutes! Großer der Haare! Ich kette dich auch in die Haare, wenn du das machst! Aber eigentlich ist das kein Papier! Du machst ja auch zwei Formen! Ja! Ja, da hat er dann mehr! Dann hat er den Impulsen! Moonwalken! Ja! Moonwalken Erbsen möchte uns einfahren! Ja! Ich bin frockst du in den Buchen die Fette vielleicht breiten! Da lacht auch immer so eine Regress! Jawel! Wir sind jetzt hier geilend am reden gegen! Ja, der entsetzt hier den Sack oder was ihr Sack geschwinkt! Ich hab dich grad voll gekriegt. Ich hab dich gesagt. Wo er sagte, und wie fühlst du dein Arsch jetzt an? Ich kenn irgendwie nur so, ja, Meister, wenn Arsch tut mir ein Jedi in mich steckt. Oh, nein. Was hat Michael Jackson mit dem kleinen Jungen? Was bin ich, ja. Was hat Michael Jackson mit dem kleinen Jungen? Ach so. Hier steht dein Geist. Ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher. Ich bin schon sicher. Was ist das? Oh, schön ist das! Englisch, motherfucker! Du sprichst das? Ja, du verstehst was ich sagen! Was? Was? Das RIP-Song! Hey, wars, wars! Does it look like a switch? WAH?! So... Das ist dieses Lockdown. Eing Aterm. Schau, meine Musik! Det werden wir mal gucken! Der Head Inspektor! Ja, der Head Inspektor! Der the opening ist aber so geil! Ja, richtig! Ich dachte zwar immer, wenn die Doktor Mahler kommt wieder, aber es ist klar, was geht, er hat die OpenAge mit mir. Ich guck mal, hast du den OpenAge gemacht? Oh mein Gott! Geil! Ich hab das mal nicht gefunden. Keine Ahnung. Aber Samy, das war ja keiner von. Ich hab's ja zuerst scant auf den Video. Ja, das war doch den OpenAge. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso. Boah, ja. Ja, ja, ja.